doch ich finde ich voll sympathisch crush incoming 321 nein so simp ich jetzt nicht ich habe nur ich habe nur sympathisch gesagt ich habe nicht ich habe nur sympathisch gesagt ich finde das ich darf ja wohl ich darf wohl sympathisch sagen ich habe doch nur ich habe ja nicht ich habe ja nicht gesehen habe nur sympathisch gesagt ich bin immer pünktlich jetzt seit diesem jahr und spitzen schneiden ist halt wichtig meine haare elektrisiert ich muss mich erden das war schon immer urlaub und allgemein will ich mit dir im bett liege ist auch wie urlaub muss ich sagen meinst du das ernst macht das spaß erholungsfaktor wie urlaub natürlich 100 werden soll ich mag es sehr von hinten sieht sehr 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 schön aus erst bekommst aber was am 14 februar von matteo ja bestimmt einen riesen 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 haufen voll scheiße ich habe bisher nur den run von bless gesehen aber relativ schnell und zügig unterwegs und habe ich aber auch nicht alles mitbekommen und bei matteo war alles super langsam und das hat mich ein bisschen aggressiv gemacht und es geht im prinzip darum dass man sich die zähne ausbeißt und irgendwann froh darüber ist dass man eine challenge geschafft hat so und ja wie gesagt wenn jemand wie matteo solche spiele spielen kann dann kann das eigentlich fast jeder machen jetzt einen schritt zurück die können ja gar nichts das games ja so einfach schmerzt gar nicht du und existiert wieder weg Schmutz oder Minenarbeit Ich bin ManFisch Scheiße Ich hatte mir zum Frühstück Kroketten in den Ofen gemacht und die sind da seit 2 Stunden drin Kann auch gleich die Lobby nochmal neu, also ich muss die Lobby gleich nochmal neu machen Die sind nicht mehr gut Aber Es waren wirklich meine Chicken Nuggets Es waren wirklich meine Chicken Nuggets Es waren wirklich meine Chicken Nuggets Ja wir sind auch tatsächlich jetzt Aber das Ziel funktioniert nicht und bei wem Jetzt steht wieder Falter Checkpoint Aber okay Okay Dieser wurde für Fried Komm schon, piek mich Isa piek mich Ah piek mich nicht Was ist das denn alter? Junge Ich bin gleich wieder da Aber ich muss ganz kurz Pipi machen gehen davor und mir ne neue Cola holen Yeah Au Au Nein Nein, ich fass Nein, ich fass Ich habe den Knopf gedrückt Ah Digger, ich wusste es Wenn ich den Knopf drücke bin ich tot Das war der falsche Das war der falsche Definitiv Machst du dir weg da bitte Crunchy Weg da Weg Was, was, was? Ne, Crunchy Das war jetzt nen klassischen Beta-Key Klassischen Schimmler Ja Okay, 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 ist schön Man nennt ihn Ja Oh, es funktioniert 2 A Oh mein Gott 2 A, 2 A 3 A 4 A 4 A 4 A 7 A 5 A 6 A 1 A 6 A